exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren zeitsen zhr 106 22 entscheidung von 12 6 2024 rechtsentwicklung zu zeitsen zzr 2026 neuerungen im baurecht eine analyse der entscheidung zweitzen zhr 106 22 die am 12 juni 2024 veröffentlichte entscheidung des bundesgerichtshofs bgh mit dem aktenzeichen zhr 106 22 hat weitreichende auswirkungen auf das deutsche baurecht diese entscheidung beleuchtet die wesentlichen rechtlichen fragestellungen im kontext der vertragsgestaltung und der haftung von bauunternehmen im folgenden werden die zentralen aspekte der entscheidung sowie deren bedeutung für bauunternehmen und auftraggeber behandelt im kern ging es in der entscheidung um die frage inwieweit bauunternehmer für mangelhafte leistungen haftbar gemacht werden können wenn dies im vertrag nicht explizit geregelt ist der bgh stellte fest dass die vertraglichen regelungen durch die zum zeitpunkt der vertragsunterzeichnung geltenden gesetzlichen vorgaben ergänzt werden müssen dadurch könnten auch nachträgliche änderungen oder mängel die im vertrag nicht aufgeführt sind mit rechtlichen konsequenzen verbunden sein insgesamt wurde klargestellt dass eine reine verweisung auf die vb verdingungsordnung für bauleistungen nicht ausreiche um die umfassende haftung des bauunternehmers zu entziehen dies bedeutet dass auch eine persönliche einschätzung eines bauherrn die sich aus seinen individuellen bedürfnissen und ansprüchen ergibt in die betrachtung von mängeln einfließen kann die richter forderten daher eine erweiterte sichtweise auf die mangelhaftigkeit von leistungen die sich über reine technische standards hinaus erstreckt die entscheidung wird als wegweisend betrachtet insbesondere im hinblick auf die verantwortlichkeit von bauunternehmern es wird erwartet dass bauunternehmen sich intensiver mit den vertraglichen rahmenbedingungen auseinandersetzen und umfassende betriebshaftpflicht und gewährleistungsversicherungen in betracht ziehen experten warnen dass unklare oder unzureichende vertragsbedingungen zu erheblichen finanziellen nachteilen führen könnten wenn es zu streitigkeiten kommt ein weiterer aspekt der in der entscheidung behandelt wurde war die bedeutung der dokumentation im bauprozess der bgh forderte von bauunternehmern eine gründliche dokumentation aller durchgeführten arbeiten und eventuell vertraglich vereinbarten abweichungen von den bauplänen somit wollte das gericht sicherstellen dass im streitfall alle relevanten informationen zur verfügung stehen was sowohl für auftraggeber als auch für auftragnehmer von vorteil sein könnte zusammenfassend zeigt die entscheidung sites zr 26 22 wie entscheidend eine präzise vertragsgestaltung und dokumentation im baurecht sind bauunternehmer müssen sich der risiken die aus unklaren vertragsformulierungen oder mangelnder dokumentation resultieren können bewusst sein und entsprechende vorkehrungen treffen diese entscheidung setzt einen signifikanten akzent auf die verantwortung und sorgfaltspflicht der bauunternehmen und leitet möglicherweise eine neue ära in der rechtsprechung im baurecht ein die rechtlichen konsequenzen dieser entscheidung werden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler ebene weiter diskutiert werden müssen es bleibt interessant zu beobachten wie die baubranche auf diese neuen anforderungen reagieren wird und welche veränderungen in den vertragspraktiken sich daraus ergeben ferner könnte es erforderlich sein dass auch gesetzgeber und verbände in zukunft weitere anpassungen und klarstellungen vornehmen um die kommunikation zwischen auftraggebern und bauunternehmen zu verbessern in anbetracht dieser entwicklungen wird der rechtliche rahmen für bauverträge in deutschland zunehmend komplexer und erfordert von allen beteiligten ein höheres maß an engagement und professionalität autor anita farke freitag 26 juli 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen